Willkommen Sie Kinder in mein Zimmer, es ist nicht so schlecht wie ein Risch-Temmer. Es gibt in es viel Süßigkeiten und dort muss mein Gott nicht arbeiten. In es Eltern sind verboten, so meinst kein Essen auf dem Boden. Manchmal ich ins Schwimmbad segle und in es immer ist ein Fete. Du wünschst dich Spaß, es gibt es immer, so kommen Sie Kinder in mein Zimmer.